Bin ich schon irgendwie da, oder was? Ja! Oh! Wo denn? Mit wem sprechen jetzt hier? Wo? Da hinten, oder? Hier! Ja, hallo! Hallo! Ähm... Ich hab leichte Probleme mit dieser Art von Konexion... Oh! Muss ich abnehmen? Hallo? Okay, ähm... Die Kleine hier, oder? Ja, das heißt, wir sind irgendwie im Geschehen... Ich bin schon drin jetzt, sagt ich, oder? Also... Ich mach weiter hier, das gehört sozusagen dazu... Okay... Okay... War das mein hier? Weiß ich nicht, oder meins? Ich weiß nicht... Ich auch nicht... Wo hast du... Wo hast du... Wo hast du denn da los? Ich hab ein bisschen was vorbereitet... Bin nicht so spontan wie Olli... Der hat ja jetzt hier ganz schön... Ähm... Ich glaub übrigens nicht, dass er krank ist... Ich weiß nicht, was mit euch ist... Also... So eine Krankheit möchte ich auch mal haben... Ich hab... Ich hab ein bisschen... Ich hab eine leise Vermute, und zwar, dass das alles nur Einspieler sind hier... Um... Um... Um mir gute Laune zu machen... Wie das... Wie diese Sitcoms, wo die Leute dann lachen, wenn man... Irgendwas gar nicht so Lustiges sagt... Deswegen stelle ich euch auf die Probe mit einem... Äh... Mit einem Dicht... Mit einem Publikums-Vollkontakt-Gedicht... Ähm... Ja, super... Okay... Ja... Also das Gedicht heißt... Aha... Oh... Aha... Oh... Oh... Aha... Aha... Und... Ähm... Ich gebe euch Zeichen... Ob ihr macht... Sack... Ich kann nicht sehen... Ob ihr das Richtige macht... Ob ich auch gar nicht... Über ihr muss nur sprechen... Äh... Wenn ich euch eine Eins zeige... Macht ihr... Aha... Kann man das mal probieren? Aha... Zwei ist... Oho... Oho... Super... Drei ist... Nein... Nein... Das klingt sehr... Vier ist... Bisschen schwieriger... Ich bin kein Tag älter als gestern... Ich bin kein Tag älter als gestern... Ich bin kein Tag älter als gestern... Gut... Du bist hier... Aha... Du bist da... Aha... Du bist jemandes... Tochter... Sohn... Aha... Feind... Oho... Okay... Feind... Oho... Du bist jemandes... Erste Liebe... Aha... Die oder der befindet sich jetzt gerade in höchster Not glücklich verheiratet in der Bucht von San Francisco am Hundestrand mit nur einer Kontaktinse... Oho... Du prüfst deinen Puls, ob du noch lebst... Du siehst nach rechts und siehst einen fremden... Da ist überhaupt... Einen Lügner... Oho... Du hast die Tür nicht mehr im Griff... Ah... Du bist die oder der, du mit 13 warst... Nein... Du nimmst mich mit, aber läufst 10 Meter vor... Zuhause liest du mich auf... Doppelst beim Bruch und streifst... I will share in Papier und darf dir den Brot bohren... Oho... Du schenkst mich ein und schließt mich in dein Geheimnis... Siehe da... Aha... Du bist kein Tag älter als gestern... Ich bin kein Tag älter als gestern... Vielen Dank...